Herzlich Willkommen meine Damen und Herren in meinem YouTube-Kanal Immobilien Nordzypern. Euer Erdem, euer Makler mit 24 Jahren Nordzypern Erfahrung. Meine Agentur Norsky Property bietet Ihnen alle Dienstleistungen, alle Facilities vor dem Verkauf, während des Verkaufs und nach dem Verkauf. Sie können jederzeit von unseren Erlebnissen, Sie können jederzeit von unseren Erfahrungen profitieren. Heute befinden wir uns in Essern-Tepe im Osten von Girne und möchten Ihnen gerne eines der besten Neubauprojekten präsentieren. Um was handelt es sich hier? Hier handelt es sich um ein Neubauprojekt, was die letzten zwei Wochen angefangen hat. Hier sind die Preise ab 125.000 britische Pfund. Der Riesenvorteil in dieser Anlage ist, Sie haben einen Zahlungsplan von 36 Monaten. Und die Anlage befindet sich in erster Meereslinie in Essern-Tepe. Hier beginnen die Preise ab 125.000 britische Pfund. Und die Quadratmeterzahl für die Studios, die wir anbieten, sind netto 55 Quadratmeter plus 5 Quadratmeter Balkon. Also insgesamt bekommen Sie bei dieser Anlage bei einem Gartenstudio 60 Quadratmeter Wohnfläche. Das ist ein Riesenvorteil. Im Vergleich zu den anderen Bauträgern bekommen Sie hier doppelte Fläche und günstige Preise und selbstverständlich sehr gute Bauqualität. Ich empfehle Ihnen hier in dem Projekt Riviera zu investieren. Der erste Grund ist Rechtssicherheit. Der zweite Grund ist die Ausstattungen. Hier in jedem Gartenapartment und in jedem Penthouse benutzen wir Hans Grohe Armaturen, Bocci Toiletten. Und jeder der hier in diese Anlage investiert bekommt ein zentrales Heizungs- und Kühlungssystem. Wir können sie heute aktuell als automatisierte Klimaanlage benennen. Unsere Gartenstudios beginnen hier ab 125.000 britische Pfund mit 60 Quadratmeter Wohnfläche. Die 1 plus 1 Gartenapartments und Penthäuser haben eine geschlossene Fläche von 85 Quadratmeter. Plus die Penthäuser haben, 1 plus 1 Penthäuser, haben insgesamt 35 Quadratmeter Dachterrassen. Und unsere 2 plus 1, also 3 Zimmer Penthäuser, haben eine Dachterrasse von 50 Quadratmeter und eine geschlossene Fläche, eine Nutzfläche von insgesamt 120 Quadratmeter. Das bedeutet, wenn Sie hier eine 3 Zimmer Penthouse kaufen sollten, dann bekommen Sie 120 Quadratmeter geschlossene Fläche plus 50 Quadratmeter Dachterrasse. Hier befinden wir uns in erster Meereslinie, hier kommt die Grünfläche, nebenbei kommt das Managementraum und gleich momentan gehen wir auf die Baustelle. Hier haben wir insgesamt 14 Blocks. In jedem Block sind insgesamt sechs oder neun Einheiten, je unterschiedlich der Apartmentblocks. Und jedes von denen darf alle Facilities hier nutzen. Wir haben hier insgesamt acht Facilities. Einen Restaurant, vier offene Swimmingpools, einen Gym, eine Sauna, einen Massagenraum und mehr als sieben gewerbliche Büros. Und gleich sehen Sie die Baustelle. Wir befinden uns momentan auf der Sandstraße auf erster Meereslinie in dem Projekt Rivera. Und wir haben die letzte Zeit hier drei bis sechs Immobilien verkauft. Der Grund dafür ist eine gute Bauqualität, Rechtssicherheit, Top-Lage und selbstverständlich günstige Preise. Glauben Sie den schwarzen Schafen im Internet nicht, die behaupten Ihnen 50% günstige Objekte anzubieten. Keine Immobilie kann 50% günstiger sein. Und konzentrieren Sie sich auf zertifizierte Marklagenturen, bitte. Ich habe Ihnen in den letzten Videos mitgeteilt, dass wenn Sie vorhaben auf Nordzypern zu investieren, Sie müssen bei einer zertifizierten Marklagentur investieren. Warum? Es ist für Sie Neuland, Ausland und hier brauchen Sie Rechtssicherheit, Qualität und wenn überhaupt Zahlungsplan. Wir haben auch selbstverständlich neue Neubauten, die bezugsfertig sind. Aber wenn Sie eine Neubauimmobilie kaufen, die schon bezugsfertig ist, dann müssen Sie wahrscheinlich mehr zahlen. Hier in dem Projekt Rivera hat der Bau vor drei Wochen begonnen. Vor drei Wochen waren hier nur Bauruinen. All diese alten Bauruinen wurden zerrissen und jetzt kommt die Anlage hierher. Es ist eines der schönsten Anlagen. Es ist keine Riesenanlage. Es ist hier eine kleine, kompetente und moderne Anlage. Sie bekommen hier Qualität, Preissteigerung, super Vermietung. So ein Studio Apartment mit 60 Quadratmeter, wo alles inkludet ist, bis auf die Weißgeräte. Also die Weißgeräte müssen Sie sich selber kaufen oder können sich bestimmte Pakete aussuchen. Da lassen Sie nochmal extra 5000 Euro dazukommen. Also insgesamt ab 125.000 Pfund können Sie hier investieren. Warum haben wir hier insgesamt 14 Blocks? Weil fünf Blocks auf der Bergseite sich befinden und neun Blocks befinden sich hier auf der Meeresseite. Davor ist unser Meer und wir haben hier einen Sandstrand. Ich werde Ihnen gleich unser Sandstrand zeigen. Wir sind circa 120 Meter vom Sandstrand entfernt. Also es ist nicht nur eine erste Meereslinie Objekt, sondern wir können zum Sandstrand in 120 Meter, also in zwei, drei Laufminuten sind Sie im Sandstrand. Und hier zeige ich Ihnen die Baustelle. Der Bau hat vor drei Wochen begonnen. Da wir viel verkaufen und ich seit drei Wochen nichts aufnehmen konnte, der Grund dafür war, wir waren wirklich sehr überbelastet. Erstmal mit den neuen Kunden und mit dem After Sales Service. Sie wissen ja, ich biete auch einen sehr anständigen After Sales Service. Auch Kunden, die irgendwo anders investiert haben, besuchen letztendlich unsere Makleragentur, die Schwierigkeiten haben mit der Registrierung, die Schwierigkeiten haben mit der Kommunikation mit den Bauträgern oder die bei schwarzen Schafen investiert haben oder die Kunden, die ihre Immobilie momentan weiterverkaufen möchten. Wir kontaktieren uns jederzeit. Es freut mich. Außerdem muss ich herzlich jeden Zuschauer und meine Fans an sie bedanken, weil ich habe heutzutage sehr viele Zuschauer und Fans sogar. Das hätte ich niemals glauben können. Aber ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Der Erfolg hat immer seinen Grund, warum wir erfolgreich geworden sind. Und was mich wirklich von den anderen unterscheidet ist, ich gebe mehr Zeit, mehr Geld, mehr Motivation und mehr Ehrlichkeit. Auf das kommt es an. Und unser unschlagbares Netzwerk und die Kommunikation mit Behörden ist eines der wichtigsten Sachen. Hier sehen Sie die Baustelle. Der Bau hat vor drei Wochen begonnen. Hier ist Bauende, also die Schlüsselübergabe wird hier im März 2027 tätig sein. Also jeder, der vorhat oder sich einen Gedanken machen möchte über Nordzypern, der Westen ist schön, der Osten ist schön. Das Projekt muss ein richtiges Projekt sein. Die Lage muss richtig sein. Der Vermittler muss zertifiziert sein. Die Preise müssen erste Verkaufspreise sein, also günstig sein. Alles muss passen. Also wenn eins passt, dann sollten Sie nicht investieren. Das Gesamtpaket muss passen. Ich freue mich, dass ich Ihnen solche Objekte vorstellen kann. Die nächsten Tage und die nächsten Wochen werden selbstverständlich auch super weitere Neubauprojekte mit Ihnen in Anspruch kommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen. Wenn Sie Interesse haben, kontaktieren Sie mich unter meiner Mailadresse, unter meiner WhatsApp Telegram Nummer und schauen Sie sich bitte unsere Maklerseite an. Ich bedanke mich nochmal herzlich bei allen und wir sehen uns bald. Euer Adam, North Sky Property.